Wir waren für unsere Weltreise zwei Monate in Thailand und jetzt sind wir in Malaysia. In diesem Video gibt es ein Status-Update zu unserer Weltreise, aber auch zu vielen anderen privaten Themen, wie zum Beispiel den Kauf eines vier Hektar großen Grundstückes samt Hausbau und viele Einblicke in unsere Zukunftspläne. Los geht's! Aktuell befinden wir uns auf unserer Weltreise in Malaysia und genau genommen auf der Halbinsel Penang. Und diesmal ist es alles anders als vorher, da wir hier quasi in einem Apartment direkt vor der Großstadt Georgetown leben. Und Georgetown ist quasi ein Überbleibsel der britischen Kolonialzeit und hat rund eine Viertelmillion Einwohner. Also hier gibt es sehr viele Wolkenkratzer, eine gute Infrastruktur, aber dafür ist es auch laut und ziemlich stressig. Wir leben zwar fünf Kilometer außerhalb von Georgetown in einem 28-stöckigen Hochhaus mit Blick auf mehr, aber trotzdem ist es genau das Gegenteil von dem, was wir vorher hatten. Und ich muss sagen, das, was wir vorher hatten, hat mir auch viel, viel besser gefallen. Und deswegen wird unsere nächste Unterkunft dann auch wieder eine eigene Villa mit viel Platz, mit Garten und eigenem Pool sein. Hier in Penang, wo wir aktuell leben, haben wir uns schon die ganze Halbinsel angeschaut. Wir waren im Spicy Garden, wir waren oben auf dem Penang Hill, wir waren in der Schmetterlingsfarm, wir haben uns den Escape-Freizeitpark angeschaut mit der größten Wasserrutsche der Welt und auch der längsten Zipline auf der ganzen Welt. Und natürlich waren wir auch an verschiedenen Stränden und in verschiedenen Rooftop-Bars. Trotzdem, nachdem wir schon einiges gesehen haben, muss ich sagen, dass wir nicht so viel gesehen haben und so viel entdecken konnten, wie wir gerne wollen. Und damit kommen wir auch zu einem großen Problem unserer Weltreise. Wenn man nämlich eine Weltreise machen will, dann kostet das natürlich Geld. Selbst wenn man günstig als Backpacker unterwegs ist, muss man meistens nebenbei arbeiten oder halt von dem angesparten Vermögen leben. Und für mich kommt das Leben vom eigenen Vermögen nicht in Frage und deshalb arbeite ich, und ihr könnt das ja auch jeden Tag sehen, an meinen täglichen YouTube-Videos. Aktuell mache ich ungefähr ein, zwei Videos pro Tag und dafür geht natürlich eine ganze Menge Zeit drauf. Und meine Frau ist auch super beschäftigt, weil sie kümmert sich natürlich hauptsächlich um den ganzen Haushalt und auch um das Lernen unserer Kinder in der Online-Schule. Weil dadurch, dass wir viel rumreisen, braucht man natürlich eine Online-Schule für die Kinder. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Weil wir müssen den Kindern nicht nur helfen, die Hausaufgaben zu machen, sondern wir müssen mit ihnen auch den ganzen Stoff durchgehen. Also das, was sie normalerweise ja in der Schule machen, müssen wir zusammen mit ihnen machen. Weil diese Online-Schule ist auf Englisch und unsere Kinder sind halt noch Anfänger auf Englisch und deswegen müssen wir ihnen sehr viel helfen. Also meine Frau hilft ja dann in dem ganzen geschichtlichen, sozialen, Science- und Sprachenbereich und ich übernehme dann den ganzen Mathematikbereich, weil das liegt mir natürlich als ehemaligen Informatiker im Blut. Nichtsdestotrotz sind wir durch die ganze Arbeit und durch das Homeschooling natürlich stark eingebunden. Das sind mindestens vier Stunden, manchmal aber sogar acht Stunden pro Tag. Also viele Tage sind quasi ganz normale Arbeitstage, so wie bei den meisten Menschen halt auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt zu Hause arbeite und nicht irgendwo in einem Büro, wo ich erstmal hinpendeln muss. Und unser Haus liegt zwar direkt am Meer und wir haben ja auch durchgängig 25 bis 30 Grad, aber an vielen Tagen bringt uns das quasi rein gar nichts, weil wir wegen der Arbeit einfach nicht zu Hause rauskommen. Es ist also nicht so, dass man jeden Monat ein anderes Land bereist und dann jeden Tag irgendwo am Strand hockt oder auf den Hügel geht oder sich irgendein Sightseeing anschaut. Nein, wir müssen wie gesagt jeden Tag arbeiten und ich merke es bei mir selber, wie ich an manchen Tagen dann wirklich bewusst darauf verzichten muss, Videos zu machen, um dann etwas mit der Familie unternehmen zu können. Und das ist gar nicht so leicht, weil im März habe ich zum Beispiel 41 Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht und habe damit 33.726 Euro verdient, also rund 822 Euro pro Video. Und wenn ich jetzt also an einem Tag einen Familienausflug mache und dann nur ein Video machen kann oder sogar gar kein Video machen kann, dann verliere ich 822 Euro oder sogar 1.644 Euro. Das ist also dann quasi ein sehr, sehr teurer Familienausflug. Und natürlich entscheide ich mich für die Familienausflüge, weil die Familie einfach das Wichtigste ist. Aber trotzdem habe ich immer so ein kleines schlechtes Gewissen, weil ich dann keine Videos machen kann. Vor allen Dingen, weil wir gerade für unseren Hausbau sparen und dort natürlich jeder einzelne Euro sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das sind nun mal Luxusprobleme, aber so ist nun mal die aktuelle Situation bei uns. Ich möchte da immer transparent mit euch sein und mit offenen Karten spielen. Und das zweite Problem, warum wir nicht so viel reisen, wie wir gerne möchten, sind einfach die Airlines. Wir wollten zum Beispiel ein Wochenende lang mal von Penang auf die Insel Langkabi fliegen, weil das hier eine der schönsten Inseln sein muss. Und wir hatten schon unser Airbnb gebucht und auch die Flüge gebucht. Und dann habe ich im Kleingedruckten der Airlines gelesen, dass man Flüge innerhalb eines Landes nur mit dieser verkackten Corona-Impfung machen kann. Stell dir das mal vor. Du darfst mit dem Flugzeug nach Malaysia reinfliegen. Du darfst mit dem Flugzeug aus Malaysia rausfliegen. Und du darfst sogar in Malaysia Transitflüge machen. Alles ohne die Impfung. Aber sobald du einen reinen Inlandsflug machen willst, sagt er Asia, du brauchst eine Impfung, welche wir natürlich nicht haben. Tja, und als ich das gelesen habe, ist mir erst mal der Brechreiz gekommen. Unser Airbnb konnte ich zum Glück noch stornieren, aber unseren Flug nicht. Also wir können jetzt wegen dieser behinderten Regel diese schöne Insel Lakawi uns nicht anschauen und wir verlieren jetzt auch noch das Geld für den Flug. Und das ist schon echt frustrierend. Aber gehen wir mal lieber schnell zum nächsten Thema, bevor ich mich noch mehr darüber aufrege. Also als nächstes merkten wir auch, dass es hier in Malaysia extrem warm wird. In Thailand hat das Ganze schon angefangen, aber hier setzt sich das Ganze noch viel weiter fort. Ich meine, wir haben ja anderthalb Jahre in Costa Rica gelebt und dort hatten wir auch 25 bis 30 Grad. Aber hier in Asien haben wir jetzt sogar 30 bis 35 Grad und das ist einfach zu viel. Ich glaube einfach mal, wir könnten am besten so mit stabilen 23 bis 25 Grad leben. Also dort, wo es draußen dann immer noch sehr schön angenehm ist, aber man nachts dann auch mal ohne Klimaanlage schlafen kann. Weil durch Klimaanlage bekomme ich immer Erkältung und da habe ich einfach keine Lust drauf. Also werden wir jetzt weiterreisen und noch weiter gucken, welche Länder für uns am besten sind. Und damit kommen wir auch direkt zu unseren nächsten Reisezielen. Nächste Woche reisen wir dann nach Vietnam, wo wir dann den ganzen Mai bleiben werden, bevor wir dann im Juni in die Philippinen reisen werden. Und sicherlich sind beide Orte auch sehr, sehr warm, aber wir wollten sie auf jeden Fall mal gesehen haben, vor allen Dingen, weil wir jetzt hier schon sind. Wobei ich sagen muss, bezüglich Vietnam bin ich jetzt schon vor meiner Reise leicht angefressen, vor allen Dingen mit zwei Gründen. Erstens das Thema Mietwagen. In Vietnam kriegst du einfach ums Verrecken kein Mietauto. Du musst immer einen Chauffeur dazu buchen und das ist natürlich teuer ohne Ende. Und das ist natürlich blöd, weil wir da gerne Ausflüge machen zu verschiedenen Hügeln, Nationalparks, Attraktionen, verschiedene Strände. Und wenn du kein Auto hast, dann geht das einfach nicht. Also das war schon mal blöd. Jetzt müssen wir sogar uns einen Fahrer buchen, der uns ja vom Flughafen zum Hotel bringt. Und das zweite Thema ist Visa. Wenn du einen deutschen Pass hast, dann kannst du einfach ein Online-Visum machen, bezahlst deine 25 Euro Gebühren und gut ist. Meine Frau und meine Kinder, die kommen ja aber aus Costa Rica, haben also keinen deutschen Pass. Und die müssen ein richtiges Visum quasi bei der Botschaft machen. Ich dachte, gut, dann gehst du halt zur Botschaft hier in Kuala Lumpur. Das ist ja dann nicht ganz so weit weg, da sind wir ja sowieso. Und das kostet halt 25 Euro, passt schon. Aber für dieses blöde Visa brauchst du auch noch ein Apply Letter, ja. Also so einen Einladungsbrief, den die Tourismusbehörden ausstellen. Und pro Person kostet das Ding locker 100 Euro. Wir bezahlen also nicht nur 25 Euro pro Person, sondern über 100 Euro pro Person. Und damit kostet uns dieser ganze Visa-Kram knapp 400 Euro. Das ist teurer als unser Mietwagen hier in Malaysien und teurer als unser Flug nach Vietnam. Also das ist der letzte Dreck. Naja, haben wir jetzt gemacht, müssen wir jetzt durch, aber werden wir sicherlich nie wieder machen. Außerdem hatten wir für unsere Weltreise auch noch Nepal auf dem Schirm, weil meine Frau gerne, ja, den Mount Everest gesehen hätte, mit dem größten Berg auf der ganzen Welt. Aber leider gibt es in Nepal auch keine Mietwegen, weswegen wir das Ganze dann, ja, gecancelt haben, weil wir dann zu sehr eingeschränkt worden sind. Nach den Philippinen, wo wir ja im Juni sind, haben wir dann noch ein, zwei Monate Zeit, um uns noch etwas anderes anzuschauen hier in Asien. Wir gucken mal, was wir noch auf der Pipeline haben, bevor wir dann schlussendlich nach Europa reisen werden. Weil bereits jetzt ist schon sicher, dass wir den ganzen September auf Mallorca sein werden, weil ich mich dort zum Beispiel für ein Wochenende mit, ja, mit meinen alten Studienkollegen zum Saufen verabredet habe. Also mal alte Beziehungen pflegen. Und deswegen haben wir uns jetzt für einen Monat komplett auf Mallorca einquartiert, haben dort eine Villa gemietet und ich muss echt sagen, die Preise sind echt abartig. Also unter vier Scheinen für eine Villa mit Pool geht dort echt gar nichts. Also das wird, glaube ich, unser teuerster Monat, den wir jemals haben. Wenn übrigens sich jemand im September dann auf Mallorca mit mir auf einen Kaffee treffen will, könnt ihr gerne machen. Schreibt mir einfach vorher eine kleine E-Mail. Wir werden dann in der Region Ariani unterwegs sein. Tja, die anderen Monate in Europa haben wir noch nicht verplant. Auf jeden Fall werden wir auch einen Heimatbesuch in Deutschland machen, um meine Familie zu besuchen, um alte Freunde zu besuchen. Und außerdem wollen wir eventuell noch nach Griechenland und nach Madeira. Beides kennen wir noch nicht, wollen wir aber auf jeden Fall mal sehen. Aber zu unserer Europa-Reise muss ich auf jeden Fall noch eine Sache vorweg sagen. Das alles steht natürlich immer unter der Prämisse, dass sich Europa zu diesem Zeitpunkt nicht zufällig in einem Krieg befindet. Weil es könnte ja sein, dass die NATO jetzt irgendwie in den Krieg mit Russland reingezogen wird. Und dann haben wir ja in Europa den Dritten Weltkrieg. Und dann werden wir persönlich einen riesengroßen Bogen um Europa machen. Weil diese Gefahr will ich einfach meinen Kindern nicht aussetzen. Dieser Gefahr will ich meinen Kindern nicht aussetzen. Tja, und damit kommen wir auch direkt zum letzten Thema. Und zwar meine Gedanken bezüglich der Zukunft. Ich denke einfach, Europa steht vor riesengroßen Problemen. Und damit meine ich jetzt nicht das Klima. Weil wenn überhaupt, dann wäre das ja ein globales Thema. Aber in Europa und vor allen Dingen in Deutschland haben wir noch drei große andere Probleme. Erstens haben wir die Energiekrise mit all seinen schlimmen Auswirkungen für die Bürger und für die Firmen. Dann haben wir auch noch eine große Migrationskrise. Und wir haben auch eine Demografiekrise. Und gerade der letzte Punkt. Diese Demografiekrise macht mir extrem viel Angst. Europa stirbt nämlich aus. Und unsere Politik macht rein gar nichts, um das zu ändern. Weder fördert unsere Politik intensiv die Familie oder das Kinderkriegen. Und ich meine, wir auch, wenn unsere jungen Menschen heutzutage nicht mehr mal wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Noch ziehen wir gut ausgebildete Fachkräfte an, die unser Sozialsystem retten. Und im Endeffekt läuft das entweder auf eine Reduzierung unseres Sozialsystems oder auf noch höhere Steuern rauf. Und beides ist extrem hässlich und hat großes Potenzial für einen Bürgeraufstand. Und dazu kommt auch noch, dass unser Land immer dümmer wird. In den Stuttgart-Nachrichten berichteten vor drei Tagen Folgendes. Schockierende Zahlen aus Ludwigshafen müssen 40 Erstklässler einer Schule sitzen bleiben. Die Gründe in der Stadt nahe der Grenze zu Baden-Württemberg sind vielfältig. Oft sprechen die Kinder schlecht Deutsch oder kommen aus bildungsfernen Familien. Und gerade wir als Land, als Land ohne Ressourcen, sind auf gute Bildung angewiesen. Aber auch in diesem Bereich geht es immer weiter bergab. Und deswegen haben wir uns als Familie auch entschlossen, parallel vorzusorgen und uns ein neues Standbein außerhalb von Deutschland und auch außerhalb von Europa aufzubauen. Ich habe nämlich selber den Traum, insgesamt drei Eigenheime zu haben. Eins in Lateinamerika, eins in Asien und eins in Europa. Weil dann sind wir wirklich maximal flexibel und können immer dort leben, wo gerade kein Krieg und kein Corona-Wahnsinn herrscht. Und deswegen haben wir jetzt diese Woche einen Grundstein gelegt und haben uns ein Landstück mit vier Hektar in Lateinamerika gekauft. Und dort werden wir auch ein eigenes Haus bauen und sehr viel für die Selbstversorgung tun. Das heißt, wir werden Obstbäume haben, wir werden eventuell ein paar Tiere haben, wir werden einen Brunnen haben, wir werden Solarpanels haben. Einen von diesen vier Hektar werden wir dann selber bewohnen, wo unser Haus steht. Und die anderen drei werden wir dann bewirtschaften lassen und damit Geld verdienen. Und selbst wenn dann wirklich der Worst Case eintritt und die Welt im Dritten Weltkrieg untergeht, dann können wir dort nämlich für ein paar Jahre unterkommen, können diese Zeit gut überstehen, können dort überwintern und danach wieder weitermachen. Und selbst wenn die Welt nicht untergeht, haben wir dort auf jeden Fall einen ruhigen Wohnsitz mit sehr viel Platz und auch einem guten Klima. Aktuell befinden wir uns in der Abwicklung des ganzen Kaufprozesses. Und wenn dann alles in trockenen Tüchern ist, dann werde ich auch mehr dazu berichten, auch wo genau dieser Ort ist, falls ihr dann zufällig unsere Nachbarn werden wollt. Wichtig bei der Auswahl des Ortes waren uns aber folgende Kriterien. Erstens, es muss ein stabiles Land in Bezug auf Politik und auf Gesellschaft sein. Das war wichtig. Zweitens, es muss auch eine junge Bevölkerung mit viel Wachstumspotenzial sein. Aber nicht so wie jetzt zum Beispiel Europa, wo die ganzen Länder jetzt aussterben wegen Überalterung. Dann wollten wir ein gutes Klima haben. Außerdem natürlich ein sicheres Eigentumsrecht. Also das, was wir da kaufen, auch nicht uns gehört. Dann hatten wir immer noch das Thema natürlich Wohnsitz und Steuerpflicht. Weil es gibt ja zum Beispiel einige Länder, wo Deutschland, dass wenn du dort einen Wohnsitz hast, auch wenn du nur einen Tag dort bist, sofort komplett steuerfähig bist auf dein ganzes Welteinkommen. Und das ist natürlich ein No-Go. Also wir wollen natürlich wenig Steuern zahlen. Deswegen sollte das auch ganz gut kombinierbar sein. Und wir wollen natürlich auch ein Land haben, wo es keine Mondpreise gibt. Weil ich will das Ganze ohne Kredit kaufen, um meine Abhängigkeiten abzubauen, Risiko rauszunehmen und natürlich auch, um die laufenden Kosten zu reduzieren. Und wie gesagt, haben wir jetzt etwas sehr, sehr Gutes gefunden, haben auch zugeschlagen. Und von Vorteil war natürlich auch, dass meine Familie zum Teil Latino-Wurzeln hat und wir deswegen natürlich alle Spanisch sprechen. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie sich dieser Ort, wo wir dann bauen, entwickeln wird, weil wir halt auch mit einer der Ersten dort sind. Und ob wir später dann in Asien auch einen ähnlichen Ort finden, um unser Konzept mit den drei Wohnorten aufzubauen. Und an dieser Stelle wird es übrigens auch sehr, sehr interessant für euch als Community, weil sobald nämlich der Kaufprozess komplett abgeschlossen ist, werde ich euch auch das Stück Land zeigen. Und dann können wir gemeinsam den Bau des Hauses und die Gestaltung des Grundstückes planen. Ich habe schon eine ganze Menge Ideen, aber ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und lasse das gerne einfließen. Und auf einem Hektar Land, wo dann unser Haus steht, haben wir natürlich Platz für sehr, sehr viele Ideen. Und dort freue ich mich schon tierisch drauf und ich hoffe, ihr auch. Gerne könnt ihr schon jetzt eure ganzen Anmerkungen und eure Fragen in die Kommentare unter dem Videoposten. Und je früher ihr Ideen einwerft, desto besser sind natürlich auch die Chancen auf diese Umsetzung.